Wir, die, ich bin ja nun auch Elterngeneration sozusagen, wenn man das so hört, weil ich auf beiden Fronten die ganze Zeit unterwegs bin, dann habe ich die ganze Zeit diese Jugend von heute, die verblöde total. Die sind alle dämlich, die hängen alle nur noch vor dem Schirm und wissen überhaupt nicht, was sie tun. Also erstens würde ich ein großes Fragezeichen davor stellen, ob wir alle wissen, was wir tun. Das ist mir nämlich auch nicht immer ganz klar. Und dann erlebe ich ja nun ständig junge Leute und ganz ehrlich, meine Hoffnung ist ganz groß bei denen, weil da sind wahnsinnig viele tolle junge Menschen am Start, die sehr viel bewusster sind darüber, dass die Welt nicht unbedingt in den rechten Fugen momentan ist, die sich Gedanken darüber machen, wie das Klima weitergeht, die sich Gedanken über die großen Probleme machen. Das Einzige, was nicht so stattfindet, ist, dass wir sie dort abholen und Vorbilder sind. Und das, finde ich, ist viel relevanter noch.